okay dass diese unsichtbaren wände sind natürlich schon sehr nervig wo geht es weiter schon auf diesem ast auf natürlich wie es natürlich blödsinn was ich gesagt habe blocken ist auf linken linken bumper und fast pull ist auf linken trigger anhalten und fast pull ist auf dem gleichen auf dem gleichen auf der gleichen taste okay langsam ist interessant okay so als erstes das machen wir gleich zuerst schauen wir mal ausruhen und dann fähigkeiten bauen was wollen wir da jetzt anschauen mal was macht das hier verheerende schub und gräf magnet durch das halten von magneten kann die meisten gegen heranziehen und halten grüßgänger können ruckartigen karls richtung gezogen werden halte left trigger das ist cool das ist wirklich cool das würde ich haben das würde ich wirklich haben was gibt es sonst noch torres grüppen verlangsam kennen wir schon was ist das lichtschwert wurf treffige karls richtung nach vorne und zieht es dann wieder zu sich um alle gegen eine flugpläne schluss uuuhu längst warten und uuuh 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 das ist cool ne das brauchen wir auch also das würde ich nehmen weil das ist cool maximalleben erhöhen das erhöhen das sind vier punkte oder eine tafel schon dann bleiben uns noch drei punkte über lichtschwertwurf ist cool aber ich würde einen in greifmagnet stecken und dann als lichtschwertwurf machen das heißt wir machen hier drei also die machen wir mit a das machen wir mit a und greifmagnet machen wir dann mit zwei punkte und jetzt sind wir wieder zufrieden glaube ich ich könnte maximal macht erhöhen auch mit einem punkt aber dann ist mein lichtschwertwurf wieder weit entfernt äh natürlich der stoßball nicht maximale macht ist auch gut glaube ich ich habe sonst fast alles ich brauche okay cool dann haben wir eh ziemlich viele coole sachen jetzt das heißt ich kann mit dem kann ich jetzt leute herziehen naja sehr gut ähm wir wollen jetzt was genau machen ich weiß noch zwar noch nicht wie ich den anheben soll außer ich meine aber du oder du nicht da ist noch frei ähm müssen wir nur in joda denken oh ok ok der letzte kann ich schieben der typ was soll das was ist mit dem droiden kann der der nicht mehr schießen was soll Was are you doing? Take him out! Okay, der ist schon der nächste. Okay, der ist schon der nächste. okay das geht schon irgendwie da muss ich jetzt sicher ja genau was war ich mit dem jetzt da? ah oh what the hell la 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 do you wanna handle this? now can we win? get off come komm ich bin mir zu spät was soll denn das? du gehst mich weg okay okay hmm ich wünsche dir das gleiche aber besser ja danke du 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 ok ziemlich anstrengend hier dieses das macht ja nichts da unten muss ich weiter ich kann man da nicht drauf weil das ist ja eine rutschplatte hier dass ich muss hier ich brauchte den sperrpunkt das war eine offerung zu den sageberry deer Ja, schon wieder. Das fängt schon mal gut an. Das wird nichts, glaube ich. Ja, okay. Also so nicht, ja. Ich hoffe, ich habe irgendwo vorher schon gespeichert. Das war irgendwie ziemlich lang jetzt hier. Aber ich glaube, ich muss das alles jetzt nochmal machen, ne? Ich habe keinen Speicherpunkt zwischendurch gehabt, oder? Schauen wir mal. Nehmen wir noch ein bisschen Zeit. Ja, natürlich. Alles klar. Ja, Herr Kommissar. Alles klar. Na gut. Das, obwohl ich mehr gesundet habe und die höheren Steams jetzt habe. Okay, also der, wenn sie, wenn sie explodieren, dann kann ich sie verlangsamen und sie bewegen sich langsamer, aber sie explodieren trotzdem gleich schnell. Er ist nicht zu kommen, hier. Confirmed. Help. Wie können wir ihn erreichen? Er ist zu schmerzen. Hm? aber es funktioniert besser jetzt ok ja 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 Das hat ihn nur wütend gemacht, okay. 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 Schauen wir mal, ob wir jetzt weiterkommen. Äh... Worauf schießen die eigentlich? Und wie komme ich darauf? Okay. Also da sind wir reingegangen, ne? Oh. 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 Dringend notwendig. Dringend notwendig. Wow. Was ist denn alles? Ist ja wohl cool. Schauen wir mal zu, oder? Oh. 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 Hey. Was ist da los mit dir? Okay. Wie? Wie? Oh. Okay. Was gibt's hier eigentlich? Ah ja. Soll ich vorher nicht gescannen? Ist ja klar. Oh. 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 Ach. Ähm. 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 Ehm. Ähm. 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 Muss ich so weiter? Schon, ne? Ja, da war ich noch nicht, ne? Es gibt es sonst nichts hier, ne? Was he just in two of them? Oh, you might of this. Oh. Show them right here. Oh. Diese kleinen Viecher. Nur lästig. Nur lästig, diese kleinen Viecher. Okay. Was ist hier noch? Uh. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber ne, und schon am Ende, glaube ich. Okay. Was mache ich hier? Gar nichts, ne? Uh. Ich brauche irgendwie so Kerzen, ne? Wo sind diese Kerzen? Weiß ich keine. Ich muss das irgendwie abwenden da, die Ranken. Sind da Kerzen? Ich meine, da ist überall Wasser, aber könnte das sein, ne? Ja, das geht nicht, dass ich glaube. Ah, Moment. Ähm. Yay. Okay. So funktioniert das. Okay. Ich glaube, ich finde das schon raus, irgendwie. Knapp. Okay, aber ich glaube schon, dass das so geht. Nein, das geht so nicht, weil da regnet es. Ähm. Regnet es, wenn ich das... Wenn ich das runtergehe? Regnet es trotzdem. Okay. Also, das bringt nichts. Warum regnet es da? Äh. Es heißt, wir müssen eben den Regen loswerden. Hm. Vielleicht sind doch Kerzen irgendwo hier drin und ich habe sie noch nicht gesehen. Sollte mich daran gehen, mir nicht zu springen, sondern einfach rauf zu klettern und Geduld zu haben. Ah, da geht es nicht weiter. Okay. Oh. Kann ich so? Oh. Oh, what the hell? Aber... Da kann ich nicht die Kerzen holen, oder? Oh. Oh. Ah, ich we... Ich weiß schon. Ich muss ja dann... Ich muss sie drüber werfen, ne? Weil oben... Ja, oben gibt es ja kein... Ja, ja, okay. Ich muss einfach da oben reinwerfen, ne? So ähnlich halt. Nein. Nein. Ich muss sie so irgendwie... Was ist das eigentlich? Das Socket ist der gleiche, den wir in der anderen Zimmer gesehen haben. Ja, ja, das ist alles klar. Alles klar. Ich werde versuchen, noch eine direkt durchzuwerfen, wenn es so ausgeht. Nope, so nicht. Ich muss das nach links zählen, hier. Ist es jetzt durchgefallen, oder? Ist es da oben jetzt irgendwo, oder? Nein. Okay. Ähm. Zu knapp. Ähm. Ähm. Jetzt. Hahaha. Okay. Diese Art von Rätsel gefällt mir wirklich gut. Aber das ist jetzt... Das ist jetzt wirklich okay. Das sind so ähnlich, wie ich mir die Rätsel gerne in... Wo ist das jetzt? Da. In Jedi Knight vorgestellt hätte. Wo sie dann nie wirklich so extrem kompliziert waren, wie hier jetzt. Also kompliziert. Sagen wir mal interessant. Aber... Das heißt, es geht hier gar nicht weiter. Dammit! Okay. Nur dann. Wo wollen wir dann hin? Gibt es da gerade grüne Tür, die wir noch nicht gemacht haben. Die hier, ne? Da wollen wir noch nichts. Hey, BD. Willst du es nachvollziehen? Ja. Schauen wir mal. Ich muss es nachvollziehen. Mein Freund. Was ich hier gefunden habe, ist sehr interessiert. Ich muss das Glas irgendwie zum Bersten bringen, ne? Ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwo hin kann, sonst. Ähm. Okay. Das ist aber von draußen, ne? Müsste ich jetzt was drauf, ne? Ähm. Vielleicht ist es doch einfach so? Nein. Also ich kann nicht den ganzen Turm jetzt einfach hochziehen, ne? Das wäre zu einfach. Ja, so wie in Empire Strikes Back, wo Luke es auch nicht schafft, hier, ähm... Den X-Finger aus dem Schlamm zu ziehen. Was macht das jetzt eigentlich hier? Ja. Oh. Okay, das geht nicht. Ich wollte es eigentlich noch nach unten fallen lassen, ne? Ah, was bringt mir das? Wie kann ich das anmachen? Ah, dieses... Ja, ich kann die... Okay. Danke. Ich kann das irgendwie schmelzen, ne? Ähm. Wo gibt's da Fackeln? Wo gibt's Fackeln? Wo gibt's Fackeln? Ah, hier gibt's Fackeln. Hey! Nein. Ich wollte gar nichts. Ich wollte nicht rauf hier. Ähm. Wo geht's da rauf? Ähm. Da nichts. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da nicht rauf, ne? Da geht's rauf, ne? Da geht's rauf, ja, okay. Alles klar. Jetzt werden wir aber nicht noch mal uns ausrasten, weil wir wissen ja, glaube ich, schon, was wir zu tun haben. Das war jetzt natürlich wieder verschwendet. Sehr gut. Ich verstehe nicht, warum ich immer zu blöd bin, da rüber zu springen. Eigentlich sieht es so aus, als wäre das eine glatte Wasseroberfläche. Aber es geht dann zum Schluss noch mal so runter, so wie hier. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ja, das ist ganz komisch hier. Da kann ich nicht durchwerfen, weil da ist Wasserfall. Wenn ich es da durchwerfe, dann kommt der Boden auf und es geht aus, ne? Ja, okay. Also wo kriege ich da jetzt... Wie kann ich das jetzt machen? Weil so geht es nicht, ja? Ja, das ist ganz klar. Wie kann ich den Regen hier ausschalten? Gar nicht, ne? Was ist, wenn ich das weiter oben mache? Ist zu weit oben, oder? Ja, das ist auch alles eingekesselt in... In... In Wasser hier. Moment mal. Ah, nicht schon wieder die hier. Ja. Wieso ist er nicht gestorben? Ist er nicht sterben, wenn ich das mache? Wirklich? Kannst du das gehen? Hä? 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 Was ist, wenn ich mich runterfallen lasse und dann einfach raufkomme? Nein, geht nicht. Okay. Das geht nicht. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. 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 Schade, schade, schade.